Hallo! Ja, herzlich willkommen zurück, Freunde des guten Geschmacks. Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. So, es ist wieder Küchenholzeit und ich habe dicke Taschen, statt dicke Backen. Dicke Taschen, jawohl. Ja, es regnet. Also bei uns, die Woche, wo ich das Video drehe, regnet. Soll doch die ganze Woche eben hier regnen. Hoffen wir mal dann nicht auf Hochwasser wieder. Ja, wo war ich? Ich war erstmal bei der Bank. Dann war ich bei der Post. Dann war ich bei Hermes. Dann war ich beim Lidl, beim Aldi und bei DM. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und beim Aldi habe ich drei Adventskalender gekauft. Nein, nicht für uns, sondern für die drei Musketiere. Nämlich für die Kinder von meiner Kollegin. Genau. Ja, weil wir gehen am Wochenende, also habt ihr das Video, da waren wir schon da. Babys gucken. Hundebabys! Ja, Welpen. Und ja, eigentlich bring ich oft was mit. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, bringst du einfach mal jeden Adventskalender mit. Na, dann haben wir einmal den hier. Ihr wisst doch, ich gebe gerne und verschenke gerne. So. Und dann einmal mit dem Nikolaus. Oh, der ist auch mit dem Nikolaus, auch mit dem Hund. Und Pepper. Ja. Weil die kleine Thea liebt Pepper. Obwohl, ich glaube, alle kleinen Kinder lieben Pepper, ne? Pepper, Pepper, Pick. Ja. Und die nehme ich dann mit. Oh, ist da einer schon kaputt? Nee. Das wäre ja hier der Supergarten. So. Ja, fangen wir mal mit der kleinsten Tasche an. Hier, da ist nicht viel drin. Beim Lidl, nee, beim Aldi habe ich geholt diese Cracker. Also, falls ihr auch so auf Tux steht, müsst ihr nicht die teuren kaufen, ne? Beim Aldi gibt es halt die günstigen. Ich habe jetzt mal Meerkorn mitgebracht. Monique nimmt die mit auf die Arbeit. Auch. Jo. Da packe ich das immer so im Tausch ein. Dann gibt es halt mal so Cracker, dann gibt es ein Milchbrötchen, ne? Auch mit dazu. So, für den Experten habe ich mal mitgenommen aus der Frischetheke. Entschuldigung. Bio-Mini-Schinkenknacker. Jo. Das sind so welche, ne? Das sind so kleine. Mir ist jetzt nichts raus. Ähm, ich hoffe, die schmecken ihnen. Mal schauen. Sowas nimmt er sich gerne mal mit auf die Arbeit. Nimmt einfach eine Stulle mit Brot. Ähm, eine Stulle mit Brot, genau. Eine Stulle mit Butter und gut ist. So. Dann, ähm, jo. Einmal essenstechnisch für Monique. Dann hatten sie im Angebot, ähm, diese Snacks. Und ich liebe Chili Cheese Nuggets. Und da habe ich dann mal so zwei Stück mitgenommen. Die kann man auch mal am Wochenende dann snacken, ne? Wenn sie im Angebot sind, nehme ich sie dann schon mal mit. So, und nochmal ein Essen für Monique. Ich glaube, das war es, oder? Haben wir da noch was dran? Ah! Nagellack. Nagellack habe ich hier drin. Der hat mich irgendwie total angelangt. Ich dachte, so Weihnachten, ne? Von Tren it up. Guckt euch diese Farbe an. Und ich liebe diese Glitzer-Dinger, ne? Diese Glitzer. Ist der schön. Ja, ich habe schon mal ein Lila hier stehen, weil ich den gleich nochmal neu machen muss. Ich habe mir gestern die Nägel lackiert. Bin aber dann wohl irgendwo dran gekommen. So sehen sie im Moment aus. Und habe hier so eine Macke drin. Deswegen muss ich den nochmal neu machen. Aber, ja, ist ja nicht schlimm. Das hat man nun mal, wenn man halt nicht mehr zum Nägel machen geht, ne? So. Für den Herren Experten. Ich glaube, das tue ich gleich auf den Teller. Oh Gott. Hier sind ein bisschen Matsche. Ja, aus dem Aldi, glaube ich. Ich glaube, die sind vom Bäcker. Das sind so... Oh Gott, das ist ein bisschen Matsche. Oh nein, das ist kaputt. Naja, tue ich gleich auf den Teller. Das sind so Brownies. Zwei Stift. Oh Gott. Oh. Tue ich gleich auf den Teller. Oh, da ist irgendwas draufgelegen. So. Dann einmal Pommes. Ja, die gehen meistens hier am Wochenende aus. Das sind diese Jumbo-Kritten, ne? Die macht, dass ich in der Heißluft getöse. Muss man eben mein Handy woanders hinlegen? Jo. Die habe ich immer im Haus. Dann zweimal diese Kräuterkäse-Schiffchen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die gebrauche für meine Suppe. Ich habe nämlich Bock für die Suppe zu machen. Sagt euch gleich welche. Ähm, ja. Zweimal Cola Zero hier von Freeway, also vom Lidl. Die hatten nur noch zwei Flaschen. Das war wieder eine Armut, ne? Ja, dann einmal Champignons in der Dose. Das kommt auf jeden Fall auch in meine Suppe rein. Einmal die Champignons, dann eventuell so ein Kräuterschiffchen. Ein Dreierpack Paprika. Das ist immer mit. Ich habe nämlich mal wieder Bock auf Salat auf der Arbeit. Deswegen habe ich mir auch einen Ice-Berry-Salat mitgemacht. Dann mache ich mir halt so eine kleine Schüssel immer Ice-Berry-Salat, Gurke, Paprika und ein bisschen Käse oder so. Und das war's. Ja, dann haben sie hier wieder, ich liebe diese Deluxe-Abteilung. Immer so zu Weihnachten und Ostern. Da haben sie von Dulano die Delicatesse-Sahneleberwurst verfeinert mit edlen Sommertröffeln. Ihr Liebs. Gut, der Trüffel ist wahrscheinlich nur einmal noch vorbeigelaufen, aber es schmeckt trotzdem. Zwei Brezen mit Salz. Natürlich. Dann haben sie im Angebot, ja, XXL Schweinehack. Kilo. Das kommt auch in meine Suppe, allerdings nur die Hälfte. Die andere Hälfte friecht ein. Dann kommen noch Kartoffeln in die Suppe. Dann habe ich, ey, ich habe gewonnen. Futtergut gekriegt für den Experten, da wird er sich freuen. Jo Frutter mit Schokobits, Savajone. Ja, Savajone liebt der Herr David. Ich glaube, vier Stück habe ich bekommen. Die anderen sind noch woanders drin. Zweimal Kakao für Monique. Dann haben sie wieder Mayo im Angebot von Heinz. Mayo, Ketchup und, äh, Mayo, Ketchup, mein Gott. Heinz, Mayonnaise und Ketchup. Ja, haben sie wieder im Angebot. Ketchup brauchte ich jetzt nicht, aber eine Mayo im Bäcker. Dann, äh, zweimal Milch, ein Liter, 3,5% Fett. Leute, ich glaube, wir müssen hier einmal eben Pause machen, ich muss ein bisschen was wegrollen. Und dann habe ich mir mitgenommen, Sülter Salatdressing. Das ist sehr lecker. Das gibt es in der Frischetheke beim Lidl. Also, ich finde das super lecker. Und natürlich Kong Strong. Ne? Zehn Dosen sind mit dabei. So, ich stelle das mal eben hier rüber. Und, äh, würde sagen, ich packe mal eben was weg und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und habe erstmal ein bisschen was verräumt. So, wir haben so eine kleine oder zwei kleine Taschen. Ähm, ich habe mir so einen Salat mitgenommen. Ich glaube, den nehme ich mir auf die Arbeit heute. Äh, Pasta Salat, Penne Schinken. Ja, sowas haben sie im Aldi halt in dieser Kühltheke. Finde ich ganz okay. Schmeckt auch sehr lecker. Ach, da hast du ein bisschen Fafasalz dran. Das kommt, ne? Ja, dann musste ich aber noch mitbringen von Aldi 2 Cola Zero. Äh, zwei Flaschen mehr ein bisschen wenig. Dann hatten sie im Angebot, weil bei Monique ist jetzt schon wieder eine Decke kaputt gegangen bei ihren Flaschen. 500 Milliliter passen da rein. Ja, ist ein bisschen wenig. Aber auf der Arbeit hat sie ja noch was. Deswegen habe ich es mitgenommen. Noch, damit immer so den Wechsel, ne? 500 Milliliter hält länger kalt und warm. Ja. Ach, halt, ne Thermoskale, ne? Da tut sie ja, oder sie kriegt ja immer Tee mit auf der Arbeit. Ey, heute Morgen ist das bald verpennt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich dachte mir so um 20 vor 7, ja, was fehlt doch hier? Du hast kein Tee gekocht. Oh mein Gott, schnell noch gemacht. Ja, dann habe ich einmal mitgenommen vom Aldi Bio Heublumenkäse würzig-aromatisch. So, am Stück. Dann, ähm, jo. Machen wir, Moment, ich muss mal eben was gucken. Wartet mal eben. So, weil, ah ja, hier habe ich ja auch noch so eine, äh, genau. Aber da passt noch weniger rein. Ja, nee, das nehmen wir dafür unterwegs. So, äh, genau. Jetzt bin ich wieder da. So, beim DM war ich auch. Da brauchte ich jetzt aber nicht zu viel. Ich brauchte auf jeden Fall meine Waschprotz, Vollwaschmittel, Aktivcaps. Die nehme ich ja immer noch. Dann, äh, Toilettensprüh einmal im Backup, wenn ich so das letzte drin habe. Aber eben fit, fit, dann, ähm, hol ich wieder eins. Und das ist echt gut. Merry, Berry, Cheers. Also, ähm, ja, das ist so schön. Na, das ist ein Toilettenduft. Das ist so schön weihnachtlich. Ja, aber das riecht gut. Das riecht gut. Dann, ja, Kleberolle. Das muss ja hier, ne? Dann haben wir einmal, nee, Dreimal Chaisier für den hungrigen Kater und die Kätzin und Katze und tralala. Und mal auf was wartet hier? Putzl. Schnecke. Okay. Ja, Monique brauchte nochmal Deo, Balea, Pure Eleganze, Parfum, Diodorant. So hab ich einen floralen Duft. Weil wenn immer nicht mehr so viel drin ist im Dio, dann packe ich das meistens so als Raumduft ins Schlafzimmer oder hinten bei mir ins YouTube-Zimmer. Dann, ähm, hab ich einmal so ein Startfeuerzeug, den Mini nochmal mitgenommen. Das möchte ich dabei noch in den Adventskalender packen. Den hab ich übrigens ja schon hängen. Äh, den Rummel-Adventskalender. Jetzt hab ich mich verschluckt. Und das ist, Moment, das Lieblingsessen hier vom Putzel und der Mausi. Das ist ein Mousse von Purina Gourmet. Okay, das finden die total geil. Da gehen die steil. Ähm, einmal mit Huhn. Nochmal mit Huhn. Und einmal mit Huhnfisch. Ja. Ähm, überzogen mit köstlicher Soße. Allein Futtermittel, ne? Und das finde ich richtig geil. Ja, gut. Dann fand ich richtig geil. Ich hab nämlich zwei neue Masken gefunden. Ach, für meine Maskenwoche. Ich übrigens heute noch weitermachen muss. Balea, äh, Be Adorable. Bedruckte Tuchmaske. Ja, da sind wir an Rie. Ach komm. Ist doch schön, oder? Äh, ja. Und einmal Balea AHA und BHA Tuchmaske. Jo. Mit Fruchtsäure. Bin ich mal gespannt. Das testen wir natürlich. Ah, im Moment ist da sehr viel Baden angesagt hier. Deswegen hab ich nochmal zwei Zuhufsäckchen mitgenommen. Balea Entspannlich-Badekristalle. Ähm, mit Duft nach Honig und Lilien. Und einmal Magic Fairy Tail. Genau. Und ich konnte ich... Ah, Leute, das fand ich so geil vom Geruch her. Ja, da muss man aber gucken hier. Und die sind schon fast kaputt. Das sind so Cookies. Ähm, ja, das sind diese Weihnacht... Also, diese Duft-Weihnachtstabletten. Leute, geht da mal dran riechen. Bei dm. Oh, die riechen ja richtig geil, diese Tsuya-Kamun. Und das ist einmal Cookie Kiss, Plätzchen, Sprudelwolke und einmal Cinnamon Magic Winterglücksprudelwolke. Mit Zimt und Bratapfel und mit Weihnachtsbäckerei. Die muss ich mir aber verstecken. Ich hab ja nicht klein gehofft, dass die beiden mir das wegnehmen. Das riecht so geil. Ja. Äh, nächste Tasche leer. Und dann haben wir jetzt noch eine große Tasche hier. Oh mein Gott! Ich zeig nämlich gerade separat auch hier meine Angebote auf Instagram. Ähm, Schitzfrisch. Musste ich zuschlagen, ein Euro die Tüte. Einmal Ungarisch. Einmal Peperoni. Einmal Prospekt, was nass geworden ist. Ich glaube, ich hab mir das schon mitgebracht. Ich war mir aber nicht sicher. Egal. So, jetzt komm ich hier zum Megaschnack des Tages. Aha! Aha! Sind die geil oder was? Das sind Schäfchen, ähm, Schäfchenschuhe. Schäfchen, äh, Schuhe. Ähm, ja. Das sind Plüsch, was? Plüschhausschuhe. Damen, Plüschhausschuhe. Leute, ich feier die. In Größe 40. Ich hab 39. Deswegen 40 nehm ich natürlich immer nur die Nummer größer. 2,99. Warte mal, wenn du noch ein Geschenk brauchst, oder was zu Weihnachten? 2,99. Bad Lidl. Das ist der Knaller gewesen. Gut, jetzt ist es wahrscheinlich weg, weil es ja immer eine, ist ja immer eine Woche dazwischen. Aber fand ich mega. Musste ich mitnehmen. So, einmal wollte der Experte wieder seinen Zitronentee haben. Lord Nelson. Dann einmal Buttertoast für Monique. Ich hab ja immer gesagt, willst du mal was anderes essen? Nee, 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 nee. Okay, dann gut. Ja, einmal Margarine. Musste man wieder mit. Bittador. Die ist Monique gemacht. Auf dem Butterbrot. Dann hab ich einmal so kleine Cordon Bleus mitgenommen. Neues Prospekt. Von Lidl. Dann haben sie da ein Angebot gehabt. Diese Bonbon-Vanille-Waffeln. Ja gut, schmecken jetzt nicht wie selbst gemacht. Aber hier, David isst du gerne mal zwischendurch. Dann esse ich sowas gerne zwischendurch. Mega geil. Wir hatten ja vorhin ein Thema hier Deluxe. Kamenbärcreme mit Steinpilzen, Butterpilzen und Champignons. Ja, das feiere ich doch. Ich liebe Champignons. Ich liebe Käse. Das wird schnell weg sein. Die ist verhaltbar bis dreißig zu zwölf. Also, einmal Butter. Dann hab ich noch eine Leberwurst mitgebracht. Aber die ist für den Experten. Ich bin da nicht so der Fan von. Von Feiner mit fruchtigen Preißelbeeren. Ja, nee. Der ist das gerne. Ich nicht. Milka hatten sie im Angebot. Diese großen Tafeln. Und die Schnecke sitzt in der Tasche. Kommst du nicht mehr da raus? Was hast du denn jetzt gemacht? Schnecke. Also, diese großen Tafeln. Einmal noch Alpenmilch. Dann haben sie auch im Angebot gehabt. Kuschelweich. Tschüss Mikroplastik. Die Weichspüler-Revolution. Glücksmoment. Äh, ja. Ich brauchte eh Weichspüler. Dann nochmal einen Zegel. Hab ich's da mitgenommen vom Lidl. Dann noch einmal das Sulta-Dressing. Achso, ich find das sehr lecker. Dann einmal die Tomatensauce Bolognese. Hab ich auch immer im Haus. Und ist jetzt leer gegangen. Einmal Kondensmilch. 4% Fett. Ich nehm das ja immer für meine Soßen. Ja, dann einmal Weißkohl. Das kommt auch in meine Suppe. Halt so schön, ne? Angeschmort. Also einfach so einen schönen schlabber... 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 schlabber-eintopf. Genau. Schlabber-eintopf. Ja, ich hab mir noch... Ich nehm mir immer eine Kerze mit. Solange die Kerzen da noch gibt hier beim Lidl, nehm ich mir auch mal welche mit. Weil ich hab ja jeden Tag welche an. Nochmal Vanille. Zweimal. Irgendwo ist nur eine hier. Ja. Ja. Einmal natürlich für Madame Snacker, ne? Dreamies. Hier ist nochmal ein Joghurt von Milbona. So, dann hat sie auch im Angebot diese Woche Milka, feine Alpen, Milchkugeln hier. Diese Weihnachtskugeln, ne? Zweimal mitgenommen. Ich hab Bock echt auf Milchreis. Lieblingsmilchreis, klassische Art. Ich hab einfach Bock dann Zucker und Zinn. Schön warm essen mit Zucker und Zinn. Yummy, yummy, yummy. Mhm, mhm, mhm. Das ist meine zweite Kerze. Dann hab ich mir noch mitgenommen, lieb ich. Leute, wenn ihr Ziegenkäse mögt, dann holt euch doch mal diesen Ziegenweichkäse aus Ziegenmilch. Den gibt's beim Lidl. Oh, hör mal, da kannst du dich reinlegen. Und ein kleiner Tipp. Also ich tue es dir in meinem Gebot immer. Dann mach ich das da drauf und dann packe ich das so 10 bis 12 Sekunden in die Mikrowelle. Dann ist das so leicht angeschmolzen. Dann mach ich noch Chili-Salz da drauf. Oh, mein Gott, geil. Es ist geil. So, das ist Expertenessen heute, ne? Pelle Bolognese, packe ich mal eben da rüber. Ja, montags muss es immer schnell gehen. Da hab ich halt so mehr Jequene-Zeit. Dann hab ich noch Fleisch-Salat mir einmal mitgenommen. Eine Gurke. Dann Prinzessbohnen, die will ich auch mit in die Suppe packen. Also so einen richtig schönen Eintopf, ne? Bei dem Wetter ist das eh gut. Ich hab noch mal Milchreis. Dann einmal Jo-Fruta nochmal. Das ist ja erstmal wieder glücklich. Ich hab auch die letzten vier wieder bekommen. Und das hab ich einmal mitgenommen. Das will ich nämlich in die Suppe tun. Leccio. Leccio? Leccio. Genau. Das ist Leccio, Paprika und pikante Tomatensoße. Denk ich mal, passt gut da rein in so einen Eintopf, den ich machen will? Jo. Wir probieren mal's aus. Und hier ist halt noch ein bisschen Tom-Storm. So, das war's. Jo. Das war mein Haul von dieser Woche. Mein Küchen-Haul. Und ich werde euch jetzt natürlich auch hier noch Upala, den Rest zeigen. Der hier noch kreuz und schleucht. Da ist die Schnecke, die guckt raus. Guten Tag, Mr. Potzi. Bitte, mein Potzi, Mann. Ach, die warten doch nur auf Leckerchen. So, ähm, ja. Ich muss gleich noch den Rest der Wäsche aufhängen. Und dann schauen wir doch mal, wie das Wetter ist, oder? Ähm, es ist eher bäh. Äte päh, äte päh, äte päh. Ja, gut. Die Natur freut sich, da das mal regnet, ne? Dann ist es aber wieder zu viel. Dann haben wir nämlich Überschwemmung. Ja, so sieht's aus. So grau in grau. Typisch Herbst. Bäh, ja. Nix Besonderes. So, ich werde jetzt meine Klamotten wegpacken. Dann werde ich später noch meine, ähm, eine Maske machen von meiner Maskenwoche. Und, äh, ja. Also die Frage kam mir auf, dass da hinten, äh, ist unsere Kirche. Unsere Dorfkirche. Ja, äh, für mich ist das ein Dorf. Äh, Stadtkirche. Und das gehört da auch noch zu. Und da ist unsere Tankstelle. War früher mal Aral, jetzt ist es eh nicht. Hm. Naja. So. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt gesund und, ja, grüßt mir die Welt da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.